Herzlich Willkommen zu Super Mario World Star Wars Facts. Wir sind in Welt 8. Der kranken Welt, die mir jetzt schon Angst macht. Ich habe nur das erste Level gesehen davon. Und wahrscheinlich nicht mal ganz vieler werden. Alter, das ist verrückt. Ich muss auf den zweiten Namen, um den Bericht safer uns zu kommen. Natürlich muss man da. Danke, dass man warten darf. Das heißt, ich brauche dich ab. Ich liebe dieses Spiel hier. Weil Insider ist. Ach komm, der hat mich nicht berührt. Das ist assi. Das ist das wirklich fieseste. Ohne Spaß. Ich habe jetzt schon wieder Lust, irgendwie ausgehend zu machen. Ja, die sind ja geil. Ja, die sind ja geil. Und die sind ja geil. Mmh. Ähm, ich wollte auf den Block springen, nicht in den Tod. Das war sehr geil von Mario. Mario Hanna hat den Knall. Mario Hanna ist Mario. Keine Sorge, Mario Hanna ist böse. Also nimmt unnötigen Tode auf euch. Da 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 da. Du bist so ein dreckiger Spaß. Ich hasse deinen Speck. Und du hast meinen Speck. Auch wenn ich nicht so wirklich fett bin. Deine Oma... Deine Oma ist so fett wie ein Elefant. Keine Ahnung wie sie das... Ich habe... Das ist aus wie... Jawohl, sogar als groß muss ich nur... Meinesis. Ja... Mich Schnuckel. Ne, ich lass den weg hier. Da ist ein Eisgarten-Giffl. jawoll man wts oh I have to take this bed I hope it will come any well but soon left on the cover I have to lavish them down to it it is a habsodon I don't know I want to take this power up I want to see what this is I have to take this I have to take this I have to take this because it is so hard to get I have to take this jawoll that's true I can see no what yes then it will come not in the world that's true fake this haha haha da 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 ah forget it then no so springe ich nicht ein wow da ist sogar noch ein anderer so dass eben unnötig wärmer und ich bin so unnötig doof gewesen das war dämlich und unnötig maaaaaa nein den will ich nicht ich will nicht sterben und so weit die haben doch nen knall oder ich hab jetzt schon Lust ich hatte ja eben schon Lust das einfach ausgehen zu machen aber nein dann kommt noch sowas was das mit das nicht gerade leichter ja pixel das soll ich dann mal achten wenn nur weil mich der pixel berührt soll ich jetzt heulen soll ich wütend sein soll ich das spiel in den Müll schmeißen alles davon dann könnte ich machen soll ich auch nicht au jetzt schaffe es einfach jawoll man jene wette ist da auch mein Sieg mit ja auf jeden fall muss ich doch hier lang ja auf jeden fall alter ihr seid arig alter ihr seid arig alter da ist 100% besser oder die röhrer bringen wieder das wäre aber irgendwie heim und nicht wahrscheinlich nicht schwer genug dieses level ist ja noch so einfach ich muss da hoch jeder wette da hoch okay kein bonus sound das heißt entweder warbrun oder ziel wtf alter boah das level ist wie soll ich sagen herzlich das ist wenn man allzu doof ist um zu springen sollte man gar nicht etwas spiel einfach und ich glaube ich werde gleich gepackt weil ich überhaupt keine Nerven mehr habe null ich störe einfach warum geht der Nachricht in zwei Sekunden in zwei Sekunden wieder also könnt ihr weggehen du bist du bist so dreck du bist so ein dreck du bist so ein dreckiger Kartoffelsack du bist so ein dreckiger Kartoffelsack du bist so ein dreckiger Sack Kartoffeln ohne Hobbys und ohne Mutter das ist das ist das ist so ein assi also nein du schiss boah ich habe keine Lust mehr auf dieses Level kann dieses Level nicht einfach weg gehen äh ja das Level geht einfach weg und ich muss es dann nicht machen natürlich das ist auch logisch nimm doch mehr Geschwindigkeit du verfickter man ich hasse diesen versagt dann auf diesen Cooper drauf und auf jeden Fall nicht daneben da 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 ich glaube in diesem Spiel könnte man eine Marke kriegen ich empfehle diese Spiele nur Leuten die schon ganz viel Erfahrung mit Mario machen haben und nicht so damit sind wie ich aber ich werde das Spiel ruhig spielen und ich bin schon in einer jachten Welt also das ist die letzte Welt hoffe ich da komm die machen doch nicht noch eine Welt aber das war doof das war meine Schuld auch wenn das ein bisschen dämlich war das ist für mich alles zu dämlich das ist episch das ich so dummheiten mache das ich kann nicht das Level nicht ha 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 ja jetzt spring mal wenn du nicht her springst du immer mein ich komm nicht durch den Anfang der Mann ich weiß nicht wie das war ich glaube ich wende einfach den Part weil so viel Lust habe ich einfach nicht ich habe keine Lust in eine halbe Stunde zu sein wegen diesem Level ach komm mann ich brauch dich für den Hammerbruder du hau ab du machst was meine ach komm wie soll ich den wie soll ich an ihm vorbeikommen ganz besonders als Mario wie soll man als Mario an ihm vorbeikommen ich komm da einfach nicht weg ey sowas ja will ich tun ok letzte Folge für diese tschüss das war's heute einfach für die heutige Folge und vergiss bitte ich hoffe sie hat euch gefallen bis zu nett mal gib bitte einen Daumen hoch tschau Leute Leute